Wenn dir meine Videos gefallen, pinsel den Like-Button. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Kreativ Gimp Arena und heute möchte ich mich beschäftigen mit einer Frage in den Kommentaren und zwar vom Berthold aus dem Sauerland und da ging es unter anderem um Chemikfilter, warum die verschwinden unter anderem und das hat er mal geschrieben vor einem Tag, ich habe ihn gestern ja schon geantwortet und heute schon noch eine Antwort geschrieben, auf diesen Wasserfarbenfilter. Dazu habe ich eine Alternative gefunden zu diesem Filter, vielleicht ist die sogar schöner, zeige ich euch am Ende und noch vorab, weil er ja hier selbst schreibt, er guckt keine Videos, die älter wie drei Jahre sind, die eben mit Gimp und Chemik handeln, wo vielleicht möglicherweise Filter verloren gehen. Wäre aber für mich auch immer sinnvoll, wenn ihr da mal reinguckt, kontrolliert, sind die Filter noch da, funktioniert das Video, wenn ja, okay, wenn nein, in die Kommentare, in irgendeinem Video schreiben, die E-Mail-Adresse fliegt auch auf dem Kanal rum, kann man die nehmen, kann da reinschreiben, hallo Gerd, zu diesem Video sind nicht mehr alle Filter verfügbar, wie kann man das nachbauen, beziehungsweise kann man das auch in Gimp direkt nachbauen, dann kann ich da auch gerne weiterhelfen. Ich kann auch nicht alle Filter kontrollieren, weiß auch nicht, was ich in jedem Video für Filter benutzt habe oder wie viele und dann ist es doch sehr hilfreich, wenn man dann eben weiß, was eben nicht mehr funktioniert und was noch funktioniert und dann kämpft man auch da ein Stück weiter. Es kämen neue Ideen für Videos, die für euch eben weiterhelfen. Jetzt habe ich hier einfach mal die Webseite von Chimik geöffnet, weil das ist ja, um das geht es ja und zwar liegt es nicht direkt an Chimik, dass die sagen, wir machen die Filter weg, weil wir wollen das nicht, doch, die wollen das schon. Es liegt aber Punkt A auch immer daran, dass eben Chimik durch seine Lizenz die Filter von Studenten meistens schreiben lässt, weil die auch günstiger sind oder weil die, was weiß ich, von Google finanziert werden oder was auch immer. Ich habe da nicht nachgefragt oder die haben dann geschrieben, das ist das Problem. Aber durch das müssen diese Schreiber gefragt werden, die haben da Urheberrecht mit dran oder damit dran mit Rechte und wenn die nicht mehr da sind, da muss man den Filter eben erstmal rausnehmen aus der aktuellen Version und muss den erstmal testen und mal gucken, an was liegt es denn oder wo gibt es Probleme und dann muss man schauen, ist die Rechenzeit, die der Filter benötigt, noch akzeptabel. Wenn kein User möchte vom Gerät sitzen, 25 Minuten warten, bis dieser Filter berechnet wurde, nur intern, da ist noch nichts mit OK bestätigt, der hat sich nur den Filter im Chimik, in der Chimik-Datenbank angeschaut und sagt dann, nee, der Filter gefällt mir nicht und sucht sich dann anderen aus und wartet dann eben da wieder eine gewisse Zeit. Um das eben zu beheben, wird dann eben auch geguckt, ist es machbar, diesen Filter zu erneuern? Wie schnell ist der erneuerbar? Ich weiß gar nicht, ob der Filter jemals wiederkommt oder gar nicht mehr kommt, weil es gab es ja auch bei Chimik schon öfter, dass Filter rausgenommen worden sind. Es war mal zeitweise der Freaky Detail Filter weg, weil der einfach erneuert wurde. Ob der jetzt vom Design angepasst wurde oder von Rechenleistung und Stabilität, das weiß ich nicht, da habe ich nicht nachgefragt, aber plötzlich ist er wieder da für eine ganze Weile und auch andere Filter sind schon verschwunden oder wurden einfach nur umbenannt, weil es in einer Testphase in einem bestimmten Ordner Testing waren und jetzt sind sie ausgereift, funktionieren, rechnen zügig und so weiter und dann wird eben geguckt, für was ist der Filter? Für Retouche, für Reparaturen, für Details, für Schwarz und Weiß oder ist es ein Artistik-Filter und dann wird er da in die entsprechenden Kategorien einsortiert und dann verschwindet er eben zum Beispiel aus der Testing-Reihe und wenn dann noch ein neuer Name dazukommt, dann findet man den vielleicht weniger, weil er ja wie gesagt einen neuen Namen bekommen hat. Dann ist auch möglich. Und man hat hier die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier mal die ganze Website einfach mal übersetze, was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, wir können hier Probleme melden. Wenn hier ständig Probleme darüber gemeldet werden, zum Beispiel über diesen Wasserfarbenfilter, dass der eben dazu führt, dass sich entweder Chimic, Gimp oder der ganze Rechner aufhängt oder abstürzt, was hier am schlimmsten Fall keiner möchte und dann kann es auch sein, dass der erstmal zeitweise rausschlägt, bis er dann eben genug Zeit da ist, um das Ding zu überarbeiten oder eben er taucht gar nicht mehr auf. Aus Chimic sind schon einige Filter geflogen, ich weiß, aber das macht nicht nur Chimic. Gimp hat auch schon mindestens ein oder sogar mehrere schöne Filter rausgeschmissen, die in der neuen Version gar nicht mehr aufgetaucht sind oder vielleicht noch in der Überarbeitung sind für das neue Design, dass es auch dementsprechend aussieht. Ich habe jetzt hier mal beispielsweise mir die portable Version vom Pasa runtergeladen, das ist die 2.814, um euch das auch mal zu zeigen. Gleich jetzt hier einfach mal das Bild rein, was ich gleich auch noch für die Wasserfarbenfilter nehmen möchte, wo ich ja die Alternative gefunden habe. Dass wir hier mal ein Bild drin haben, richte hier sonst nichts ein und gehe jetzt hier auf Farben. Hier gibt es dieser Filterpaket, den gibt es im neuen Gimp nicht mehr. Zum Beispiel kann ich jetzt hier viele verschiedene schöne Dinge einstellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiße Flügel habe und möchte die einfärben, dass feuerähnliche leuchten, dass ich dann ein bisschen Flammen anbringen kann, konnte man da hier sehr schön mit Farbton eben schön zusammen klicken. Hier ein bisschen mehr Gelb, ein bisschen Rot, ein bisschen Magenta. Dann ist hier immer das Aktuelle. Und dann konnte ich sagen, okay, das gefällt mir so, diese drei Dinge. Dann konnte ich hier bestätigen. Ich konnte jetzt auch hier mit OK bestätigen. Und da wurde das so berechnet. Und das hat viel, viel Zeit genommen. Das hat besser und schöner funktioniert, wie dieser Farbabgleich. Der ist nämlich sehr, sehr empfindlich, wenn du das so ein bisschen übertreibst. Und dann hast du gleich ein zu dunkles oder unschönes Ergebnis. Beziehungsweise hier muss ich drei Kanäle durchgehen. Schatten, Mitten und Glanzlichter. Und das habe ich in diesem anderen Filter. Wenn ich jetzt hier noch zweimal zurückgehe, sage ich das hier nochmal. Dieser Filterpaket oder Regler hat es dann wunderbar. Da hast du gleich alles so gemacht, wie du es benötigt hast. Ein bisschen Blau dazu zum Beispiel. Dann hast du hier dein aktuelles Bild, das nicht gefallen hat. Dann hast du dann trotzdem dein X geschlossen. Dann hast du dann gesagt, zurücksetzen. War der Filter wieder da. Oder der Bild wieder original. Da konntest du wieder von vorne anfangen. Dieses edle Teil haben sie rausgeschmissen. Warum auch immer. Ich finde das Ding richtig praktisch. Ich glaube, das Teil gibt es heute doch in Photoshop. Heißt anders da, ja. Aber funktioniert da fast genauso. Und da kannst du auch viel mit kreieren. Auch für den Hintergrund und so weiter und so fort. Echt. Was hier eben mit dem anderen Regler viel Arbeit und viel Mühe macht. Naja. Lange Rede. Kurzer Sinn. Ich werde jetzt gerade die GIMP-Version wechseln. Weil hier habe ich auch Jimmy. Mal gucken. Ob hier dieser Filter noch drin ist. Ähm. Wo war das Artistix. Und dann ging es hier um diesen Wasserfarbenfilter. Da konnte man auch viel einstellen. So. Dauert ein bisschen. Ist sehr rechenintensiv. Vielleicht ist auch das der Grund, warum man sagt. Okay, man hat den Filter erstmal rausgenommen. Um das eben zu verbessern. Dass es nicht mehr so lange dauert. Habe ich hier auch gerade ein kleines Bild genommen. Dass es eben gar nicht so lange rechnet. Umso größer eure Bilder. Umso länger rechnet das. Äh. Der Filter erstmal intern. Und da muss man mit OK nochmal bestätigen. Und da wird es noch viel länger. Deswegen. Denkt an die Bildgrößen. Wenn ich ein Bild habe von 8.000 bis 6.000 Pixel. Rechnet eben GIMP beziehungsweise Jimmy länger. Wie wenn ich ein Bild habe von sagen wir 800 auf 1.200 Pixel. Als Beispiel. Und da müsst ihr denken. Jetzt wechsel ich kurz die GIMP-Version. Und zeige euch dann die Alternative zu dem Filter. den ich euch gerade gezeigt habe. Bleibt dran. So. Jetzt bin ich in der neuen GIMP-Version. Der ist jetzt aktuell. Äh. 2.10.32 Release 1.1. Wenn ich jetzt hier auf Farben gehe. Gibt es hier nirgends mehr dieses Filterpaket. Wie gesagt. Hier muss man mit viel Nacharbeit über bestimmte andere Filter regeln. Und jetzt zurück zu GIMP. Äh. Und zu Jimmy. Wenn ich jetzt Jimmy starten. Dauert einen kleinen Augenblick. Und. Wenn ihr nur nicht sicher seid. Ob die Filter komplett rausgenommen wurden. Oder. Nur anders verschoben worden sind. Weil hier gibt es ja auch diese Testing-Phase. Ne. Kann auch sein. Dass die mittlerweile woanders einsortiert wurden. Dann habt ihr hier oben eine Suche. Da kann man auch was angeben. Wie jetzt zum Beispiel. Water. Wasser. Und jetzt muss ich alles finden. Was mit Wasser zu tun hat. Und dann finde ich hier zum Beispiel. Diesen Dreamy Water Collower. Mach jetzt hier auch mal Vollbild. Dass ihr mehr seht. Da kann ich auch jede jede Menge einstellen. Auch er ist sehr rechenintensiv. Weil er sitzt auch durch. Im Testing. Und kann sein. Dass der sogar noch mal überarbeitet wird. Berechnen. Neu berechnen wird. Dass der eben schneller rechnet. Zum Beispiel. Und dann kann ich hier auch alles neu einstellen. Wie ich möchte. Wie es im anderen auch war. Mit vielen Einstellungsrädchen. Und. Ich finde das Ergebnis mittlerweile sogar schöner. Wie das alte. So. Ich gehe einfach hin. Guck. Hier steht Ziel. Nicht Ebene ersetzen. Ich sage hier eigentlich immer. Neue Ebene. Und der neue aktive Ebene ist Jacke wie Hose. Und drücke auf OK. Und so. Und nun bin ich wieder in Gimp. Und habe jetzt hier einmal das Original. Und hier einmal dieser Wasserfarben. Für die letztendlich haben wir mal auf 200. Dass man auch was sieht. So. Wenn man den natürlich. Wenn man den als Ziel so gefällt. So lassen. Man kann ihn aber auch. Wie ich es damals schon gesagt habe. Einfach nur als malerischer Look benutzen. Kann das Ganze dann einfach mal auf überlagert legen. Und das Ganze natürlich wieder ein bisschen anders. Aber ich behalte den Look. Was man auch wieder unschöne Freisteller retten kann. Oder eben bestimmte Rauschen zusammendrückt. Wenn ich jetzt im Hintergrund ein anderes Rauschen hätte. Wie im Vordergrund. Das würde auffallen. Und sowas schmiert dann ein bisschen das Rauschen zusammen. Das drückt zusammen. Und dann kann man da eben gucken. Was einem gefällt. Ich nehme jetzt mal noch weiche Kante. Das wird die softere Alternative. Und könnte jetzt hier wieder raus hingehen. Eine neue Sichtbar Ebene machen. Und könnte ein eigenes Rauschen rüberlegen. Dann habe ich im Vordergrund. Im Mittelgrund. Und im Hintergrund. Dasselbe Rauschen. Dann sieht es stimmiger aus. Beziehungsweise. Dann kann man diese Zusammenziehgeschichte hier. Einen unschönen Freisteller. Verbergen. Und mein Freisteller sieht doch in Ordnung aus. Zum Beispiel. Das ist die Alternative. Diese Dreamy Water Chlor Geschichte. Zu der einfachen Wasserfarben Bilder Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Teig rein. Schau. Schau. astene Halepaik. beiальной hervor45. Wir bevoren die Olden k reset Leben. Abnahme geht movements.